Auch wenn Sie uns in den nächsten Wochen aufgrund der außergewöhnlichen Situation nicht besuchen können und viele unserer Medien nicht zur Verfügung stehen, gibt es doch Möglichkeiten, die Bibliothek zu nutzen. Wir bieten Ihnen eine Menge an digitalen Angeboten. Voraussetzung dafür ist natürlich ein gültiger Leseausweis der Ernst-Abbe-Bücherei Jena. Los geht's mit den digitalen Büchern für unsere kleinsten Nutzer in der Tigerbooks-App. Die interaktive Lese-App Tigerbooks bietet viele lustige und spannende Geschichten für Kinder zwischen 2 und 10 Jahren. In kindgerechter Aufbereitung können Sie dort die Abenteuer Ihrer Lieblingshelden digital und mit tollen Entdeckerfunktionen erleben. Alles, was man braucht, ist ein Tablet oder ein Smartphone mit der App, die man ganz einfach und kostenlos im Google Play Store oder im App Store herunterladen kann. Für Schüler und Interessierte bieten wir mit dem Brockhaus-Lexikon und der Brockhaus-Schülerhilfe ein Online-Wissensportal. Die Brockhaus-Enzyklopädie liefert geprüftes Wissen, verständlich, multimedial und strukturiert. Alle Informationen können zitiert werden. Das Lexikon ist bestens für Hausaufgaben, Referate und Präsentationen sowie zum wissenschaftlichen Arbeiten geeignet. Im Brockhaus-Schülertraining findet man Lerninhalte für die Klassenstufen 5 bis 10 für die Fächer Deutsch, Englisch, Französisch, Latein und Mathematik. Einfach das Fach und das Thema auswählen und nach einer kurzen Einführung ganz viel im eigenen Tempo üben und Wissen vertiefen oder auf die nächste Klassenarbeit vorbereiten. Ein weiteres Online-Angebot ist unsere Presse-Datenbank Genius. Genius ist eine digitale Recherche-Plattform für viele Zeitungen, Fach- und Publikumszeitschriften sowie Branchen- und Wirtschaftsinformationen. Dort finden Sie auch die lokalen Tageszeitungen OTZ, TLZ und Thüringer Allgemeine. Sie können Plusartikel lesen oder zum Beispiel für Seminarfacharbeiten aktuelle Themen recherchieren. Nun kommen wir zu E-Books und anderen elektronischen Medien, die mit Typik.net genutzt werden können. Die Thüringer Online-Bibliothek Typik.net ist rund um die Uhr erreichbar. Auf dieser Plattform gibt es elektronische Bücher, Hörbücher, Musik, Videos und Zeitschriften für alle Altersgruppen zum Ausleihen und Herunterladen. Das Besondere an Typik.net ist die Nutzung über E-Book-Reader, Tablet und über den PC. Anleitungen dazu gibt es auf der Support-Seite der DibiBib. Ganz neu im Angebot haben wir das Filmportal FilmFriend. FilmFriend ist die Video-on-Demand-Plattform für Bibliotheken. Das Angebot reicht von deutschen Klassikern über anspruchsvolle Dokumentationen bis hin zu internationalem Arthouse-Kino und Kinderserien. FilmFriend kann auf einem PC oder Mac, Tablet oder Smartphone in verschiedenen Browsern genutzt werden. Eine Übertragung auf ein TV-Gerät ist möglich. Eine App für Android und iOS ist im jeweiligen Store verfügbar. Alle digitalen Angebote sind auf unserer Homepage www.stadtbibliothek-jena.de noch einmal für Sie zusammengefasst. Dort finden Sie auch die Links zu den Logins der jeweiligen Online-Plattform. Das Team der ERB wünscht Ihnen viel Spaß beim Entdecken der digitalen Möglichkeiten.